Ja, wir sind jetzt in der Endstadt von Aalen angekommen mit dem Fahrrad. Ja, jetzt mache ich nochmal ein Foto von Maxi im Streetpass-Bild. Ja, wir haben die ganze Fahrgeschoss für uns alleine. Ja, hallo, herzlich willkommen bei Jan und Maxi. Ja, heute machen wir so ein Eiweiß-Shake selber. Ja, da kommt jetzt ein Zutaten, sage ich gleich. Und... Ja, das hat eine tolle Bewegung. Ich habe da den Eiweiß-Shake gestern das erste Mal gemacht und dann ein bisschen Handeln behoben, ne? Und jetzt ist schon der ganze Bauch schon weggebrannt. Und jetzt habe ich schon ein Stück... Okay, Milch, Zucker, Joghurt, rohe Eier. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Okay, reicht. Ja, dann so lange umrühren, bis das alles eine Konsistenz ist und dann ist es fertig. Also hier ist nochmal so ein Trampolin, hier ist dann noch so ein Boxsack, das Teil geht aus. Hier sind Hanteln, nochmal so 4 1,25 Gewichte, das hier sind jeweils 2,5, der schwarz und der silberne. Und hier sind dann noch die Handschuhe. Okay, er bringt was, du schaffst mehr wie eben. Wie viel habe ich hier drin? Keine Ahnung, müssen wir auf dem Video zählen. Okay, ich brauche nicht. Dann habe ich nur 6 geschafft. Ich glaube das waren 10 oder sowas. Maxi fängt jetzt erst mit den leichteren Gewichten an. Was? 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 Und so. Dann kann man das so am besten machen. Keine Angst, ich mache kein Bein-Training. Ich setze mich hier nur drauf, um hier anzufallen. Du weh, du weg, du weg, du weg! Soß da nicht. Du kannst du dir gleich sein. Am besten den Rücken immer gerade lassen. Das kann man auch machen mit so einer Hand, wenn man keinen anderen Handzimmer packt. Das kann man auch einfach so machen. Dann musst du, sonst hätte ich jetzt das Doppelst gemacht. Die Doppelstattung von Fazit. Doppelstattung von Fazit. Sag, wenn du nicht mehr kannst. Ich versuche dir dann welche abzunehmen. Kannst du noch? Ja, zwei oder drei. Ich versuche dir dann welche abzunehmen. Ich versuche dir dann welche abzunehmen. Untertitelung des ZDF, 2020